ist eigentlich eine gute idee hier kommen die von der spawn scheiße rein und da können wir ja auch direkt in dieser höhe schon die etage hier oben drauf machen dass die darunter da irgendwo runterkommen dass wir die etage hier drüber bauen das wäre natürlich eine idee und proben lassen wir das ganze dann mal gucken wie wir das machen können das ist eigentlich vielleicht durch den fehler hier den ich gemacht habe den kleinen fehler gar nicht mal so verkehrt war habe ich nämlich jetzt eine ganz gute idee bekommen wenn die sich umsetzen lässt muss ich natürlich noch durchdenken und dann mal ausprobieren ja legen was jetzt gerade bis hinten an die wand da können wir jetzt zwar nicht rumgehen ist aber jetzt egal zunächst mal stört mich das jetzt nicht machen wir es so groß wie es eben nur geht ops 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 die boops so jetzt ist es natürlich auch irgendwo noch ein ausweg lassen das heißt wir fangen hier hinten an mit dem aufbau weil dort kippen wir auch das wasser dagegen ach nee kommt das kann ich mir jetzt nicht leisten da so viel glas haben wir nicht machen hier lassen wir uns den ausgang und hier machen wir zu super machen wir vorläufig mal noch hier glas scheiben rein hauptsache das ding ist zu das können wir immer noch ändern beziehungsweise können das vielleicht auch so lassen das ist nur egal mal gucken schlag ich mal hier mal kurz noch einen weg rein klein habe ich mir natürlich gerade den weg ausgewählt wo der ganze kies liegt hier ist aber egal so und zwar weil ich hier das wasser hin bauen will das war dann brauchen hier um jetzt mal ein bisschen mit dem wasser zu experimentieren so das müsste er jetzt quasi machen wir hier und hier machen wir so zu dass da oben direkt hier drauf fällt das ist natürlich toll ich bin mir nicht sicher ob das hier so gut klappt mit dem spawner aber mal gucken so würde das ganze ja schon mal stimmen kommt bevor ich dass ich hier direkt raus gehen kann das problem ist nur wenn die hier drauf fallen dann können sie hier immer noch unengeschränkt sich bewegen was mir jetzt nicht so zusagt was passiert wenn ich das weg machen nichts passiert dann aber ich könnte hier das wasser hier so rein kippen dass es quasi zur seite gespült wird noch ja wenn ich wenn ich hier abhacke oder darf hier noch hier eins tiefer gehe es darf nur nicht nach hinten hier laufen das darf nicht passieren so müsste das sein oder jetzt läuft könnte klappen könnte klappen könnte klappen könnte klappen so jetzt läuft es hier unten aber so wie es nicht laufen soll ich bin mir gar nicht so sicher ob das funktioniert wasser strömungen sind schon was tolles wenn man sie versteht ich glaube so könnte das ganze funktionieren was soll das jetzt warum läuft das jetzt nicht hier langs hallo hier läuft er nach hinten und dann ich bin mal gespannt ob das klappt was möchte ich das jetzt machen es läuft einfach nicht über diese brücke hier drüber aber na gut von hier kommen sie auch nirgends hin das so und jetzt würde sie hier hin kommen und dort würde nichts passieren hier eine gegenströmung mache bleiben sie hier an dieser stelle bleiben sie hängen das sollte natürlich nicht sein aber wenn sie sich raus kämpfen ne das ist scheiße ach komm wer lassen das jetzt mal so vorläufig und testen das zuerst mal bevor wir uns noch weiter das gehirn zermalmen machen wir rundherum noch ausreichend beleuchtung dass hier nichts böses gespawnt wird da kommt das wasser an hier läuft es natürlich wieder nicht um die die ecke wie immer das macht irgendwie auch nur wenn es wenn es will aber irgendwie habe ich das bei mir hinbekommen dass das funktioniert hat das alles so zu einem strahl kommt aber fragt mich nicht wie vielleicht so nö ja da muss ich mal noch ein bisschen ausprobieren wenn ich machen was eben mal vorläufig so dass wir hier überall herankommen da läuft es jetzt komischerweise um die ecke aber warum die falsche ecke ach weil da oben noch einer steht und da unten nichts mehr oder was nö dann müsste ja hier ja so geht's aber auch nicht überall toll warum geht das jetzt hier um die kurve und hier nicht naja werden wir werden wir noch das geht sogar hier schon um die kurve ohne dass ich das da unten weg schlage nee jetzt nicht mehr also ich muss einen hier weghauen auf jeden Fall gut und das andere das gucken wir das nächste mal mal das nächste mal 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 das hier ist natürlich auch blöd da ist er schon kommen nach der steht jetzt genau da drauf und kommt nicht mehr runter jetzt da unten und jetzt drin da also prinzipiell jetzt schon ruhig mal mehr gespawnt werden und da haben wir den ersten knochen knochen trocken den ersten knochen den wir nicht aufheben können oder was ach wir haben keinen platz immer noch ich probiere es jetzt mal einfach schnell zur truhe zu kommen die einmal gerade abzulegen mal kurz aber wir haben auch gar nichts zu essen dabei natürlich auch sehr gut wenn man auch leicht spielt ein eimer und noch ein bisschen eisen und ein bisschen kies und ein bisschen flinstone und redstone die diamant hacke was wir gerade noch gucken könnten ob wir vielleicht wenn man schon hier an der lavas sind nicht so viel sprinten am besten hallo jetzt habe ich mich wieder verlaufen da unten ist unser slimer gebiet da kommt diesmal nix oder so was gesprungen und da also wohl eher nicht hier auch nichts nur gut okay das kann natürlich auch sein dass sie jetzt brauchen ja auch ein bisschen bis so gespawnt werden ich habe jetzt gerade erst umgestellt so da gehen wir mal noch mal schnell gucken da ist noch ein knochen das haben wir unbedingt die wasserströmung hinbekommen dass hier alles nach da geht das wäre mir äußerst wichtig dass hier alles in ein loch quasi läuft aber jetzt werden hier gar nicht mehr so viel gespawnt das gefällt mir auch gerade gar nicht zu hell oder was jetzt müssen natürlich aufpassen dass gar nichts gespawnt wird aber da scheint schon direkt was zu kommen guck guck von einem ein loch ins andere gesprungen ich glaube es könnte gut werden das ding hier ach und da liegt schon ein pfeil dort wo er nicht liegen soll ich bin leicht lebensmüde oh oh komm schwimm 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 ja gut wenn wir da jetzt da noch oben drüber verschiedene spawns reinbauen könnte das schon nicht schlecht werden klar dass jetzt nicht gerade so die party abgeht hier obwohl es hier laufen zwei skelette anscheinend gespawnt werden aber das sollte natürlich noch mehr werden das wäre natürlich toll und wieder klimpert es im kasten zack und der knochen liegt schon wieder da das ist das was mich nervt das müssen wir noch gucken dass wir das ein bisschen verbessern aber prinzipiell hier läuft es schön der pfeil herunter bevor uns jetzt gleich die ganze lebensenergie ausgeht was war denn das da ist eine spinne drin oder aber auch nicht da hat ein creeper gemeint der müsste uns helfen bei der sprengung ist natürlich auch eine idee ich dachte zunächst wäre eine spinne aber es war das zwischen eines creepers ich freue mich nur wo der wieder herbekommen ist ich freue mich nur wo der wieder herbekommen ist so und wenn wir das jetzt noch schaffen dass hier das ganze ding irgendwann schräg läuft das wäre natürlich super toll dass wir einfach nur noch in einer Wasserlage drin stehen müssen und alles einsammeln können so das nächste mal starten wir mal wieder auf friedlich dann dass unsere lebensenergie sich füllt ich höre hier irgendwas oder waren das wieder die skelette so und da würde ich sagen das war's dann für heute vielen dank fürs zuschauen bis bald euer spooky so